Moin, hier ein neues Video zur Season 2.4.2 und diesmal ein, naja, ganz kurzes Video. Ich habe hier ein mysteriöses Fass gefunden. Die anderen Fächer, äh Fässer, sind stabile Fässer. Aber was zum Geier ist in diesem mysteriösen Fass drin? Ja, wenn man da ein bisschen bei YouTube guckt, dann weiß man ziemlich genau, was da drin sein wird. Und ich hoffe, dass es da drin sein wird, weil ich eigentlich nur Videos gesehen habe, als es noch im PTR gab. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt genau das, äh, ja, da drin finden werde, was ich so, äh, ja, hoffe. Also schauen wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das auch machen soll. Äh, ja, versuchen wir mal mit dem... Ne, damit geht's nicht. Damit auch nicht. Da muss ich wohl als Chicken durchlaufen, das ist mein Problem. Da. Krähenkeule. Krähenkeule, neue Transmorg. Das ist dieses Teil. Und, jetzt dürft ihr mal überlegen, an was ist das wohl angelehnt? Ja, also, ich mache jetzt mal groß, ja, so dass man mich sehen kann. Ja, das geht. Wenn ich das Ding anlege, habe ich dieses Schlagstock, also diese Eisenstange in der Hand. Also diesen Kuhfuß auf Deutsch. Richtig geil. Richtig geil. Und, na, an was ist das angelehnt? Ja, natürlich. An Gordon Freeman ist das angelehnt. Half-Life. Und, äh, das Coole ist, man, äh, ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, was das ist, das ist ein Einhand-Streitkolben. Müsste man mal gucken, was man da alles, ähm, transmoggen kann. Ich gehe jetzt zurück. Achso, das ist hier eine Kaserne, Ebene 2. Das ist aber nur eine Kaserne, Ebene 2, in einem mysteriösen Fass, wenn die denn auch erscheint. Also, hier, Schlachtfelder. Geht hier hin. Geht dann in die, äh, Kaserne, Teil 1 und dann in Teil 2. Da könnt ihr das dann finden. Und ich versuche jetzt mal meinen Hamburger, äh, in, äh, ja, um zu transmoggen in, da, äh, in die Stange. Mal gucken, ob das geht. Ist jetzt nämlich ein Hamburger. Da, Hamburger. Ne, geht nicht. Was ist denn das? Das ist ein Einhand-Streitkolben. Ja, das ist halt kein, ah, schade. Das ist halt kein Messer oder Zeremonienmesser, das ist ein Streitkolben. Da müsste man mal gucken, was man da umwandeln kann. Aber gut, ich hab das transmog jetzt schon mal und die ist nicht accountgebunden, was auch schon mal sehr geil ist. Ich, somit kann ich das anderen Leuten geben und gucken, ob die das verwenden können. Das sieht natürlich sehr cool aus, wenn man da, ich sag mal, einen Barb oder sowas hat, ähm, der dann mit einem, äh, mit einer Kränkeule, also mit einem Kuhfuß durch die Gegend laufen kann. Also, wer das sucht, kann sich dann auch mit den Transmox und, äh, Farben und sowas einen Gronen Freeman zusammenmasseln. Schlachtfelder, dann in die Kaserne, Teil 1, Kaserne Teil 2 in einem mysteriösen Fass. Da ist das Ding drin. Also, viel Spaß beim Suchen. Bis dann.